und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge ghost in the shell first assault online zusammen mit dem ollie n und wir spielen mal wieder im stadtzentrum zerstörung weil wir an zerstörung so viel spaß haben wir verteidigen die verteidigungs rush first blood 300 sicher uns mal nach hinten du sagst einfach wenn da einer durchkommt dann komme ich hier ziemlich still der ist links wenn du wenn du durch die garage durch die links hinter den boxen steht aber sie sind auch auf a schon das sind schon gegner auf arm aber die haben das schon gepläntet vor allem links hinter den boxen ich dachte der lehrer weiter auf der anderen seite gestanden der hat den wächter war da auch deutlich ungünstig hingestellt gerade im moment für sich für sicher ich wollte gerade sagen ja dann sind noch zwei achja da stehen beide da drin und ist nix gehen wir trotzdem wieder b gehen wir trotzdem wieder b es gibt ja leute die nicht so festgefahren sind wie wir das stimmt ja die nicht immer das gleiche immer und immer wieder versuchen so einer ist weg also alles frei dahinter ist aussieht da hat gerade einer versucht hat gerade einer versucht durchzurennen auf b den konnte ich mitnehmen ich schau mal wieder ein bisschen richten auf ich schau mal wieder ein bisschen richten auf warte mal in der mitte ist gerade einer umgefallen die sind noch warm shit da sind da sind drei das war naja wieser nicht mit dem besser geliebt das ist immer sehr demütigend nr das ist richtig das war am Ende nur noch eine übrig so verteidigen unter drei b b b aller guten dinge sind b b pass auf die könnten mit Tarnung reinkommen ja da ist der erste ist mit Tarnung reingekommen echt ja ich bin schon down der kam gerade rein und bevor ich also ich habe gesehen dass er kommt wollte ihn treffen aber dann der wurde mir nicht angezeigt auf meiner mit meiner Fähigkeit alles natürlich noch gesehen ey ich habe die Fähigkeit angemacht gerade ich glaube das war der typ der mich auch erledigt hat naja mal davor habe ich einen habe ich einen weggeratzt welche waren das der wer dich umgebracht hat oder was ja wer dich umgebracht hat keine Ahnung habe ich jetzt auch gerade im Moment nicht aufgepasst der glaube ich da hier ich glaube der ja bd 1734 mhm gleich mal reporten ja mal ein bisschen im Auge behalten zumindest ja das war schon komisch jetzt weil ich extra ja vor allem das waren auch diese diese äh ich gebe einen Schuss ab und sofort down ja ja das war ja ja das war der mich umgebracht hat aber jetzt habe ich gerade auch keine Musik oder irgendwas nur so ja ja das ist ja noch 5 hp ja ich sehe es aber jodololo hat auch nur 5 hp unsere zuschauer immer alles nachmachen da steht auch schon mit zehn kids ziemlich weit vorne ist einfach gut aber mich wohnt dass ich ihn gesehen hat das wurde ich will ein bisschen mehr zum Beispiel die immer noch verteidige recht das ist nicht nach der vierten Runde gewechselt und nicht mehr viel gespielt dieses Spiel und die mich an und haben wir von Zerstörung ja klar nicht so besonders viel Kopfschuss fliegt meine Affen fliegt beide drohen jemanden getötet das ist doch nicht verkehrt ich gehe mal wieder ein bisschen zurück aber diesmal stehen die Chancen gar nicht mal so schlecht ach shit rechts wenn du reinkommst gleich rechts alle weg alle ja ich bin ich bin gestorben 10 7 6 jawoll puh so jetzt gehen wir in den Angriff über das musste jetzt halt mal sein das war jetzt echt mal gar nicht so schlecht wir bleiben auf B nämlich mal wir bleiben auf B nämlich mal wir haben in unserem Team sind auch ziemlich wenig Spieler so wie ich das seh'n mhm und alle russchen wie shit ach komm schon ne der Modus Zerstörung liegt mir irgendwie einfach nicht naja mir auch nicht ja Spaß macht er auf jeden Fall aber er liegt mir nicht also Terminal Conquest an dem hab ich jetzt immer mehr Spaß also macht jetzt mit der Zeit immer mehr Spaß ich bin Team Deathmatch ist halt einfach ist halt einfach noch der Modus wollen wir dann mal auf A schon mal machen wir werden alle schon auf B russchen und dann gehen wir über die Mitte ne nicht über die Mitte achso du hast was ihm gelohnt oh fuck ok ich gehe nicht über die Mitte ne lebe nicht haha da oben ist ein da oben ist ein Geschütz ist halt auch ach shit aahhh ich höre schon den Not-A-Z-E-V-O-T ja das war wieder dieser BD irgendwas das BD hat mich getötet er hat 15 Kills ey aber wenigstens konnte ich ihn mit der Drohne vorhin erwischen ich habe ihn einmal gekillt mit der Drohne in 1? 1 zu 6 das ist meh 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 ja gut bis zweiter wenn ich das sehe ja Eis sehr gut vielen Dank fürs zuschauen so schaut das aus bis zum Morgen bei Ghost in the Shell haut rein gut macht's gut tschüss 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 tschüss